Kolonia Dignitat Kolonia Dignitat war eine Gemeinschaft aus etwa 300 deutschen Staatsbürgern, die 1961 nach Chile ausgewandert ist. Die hatten einen sehr charismatischen Anführer, einen Laienprediger namens Paul Schäfer, der sich bereits damals mit der Ausreise nach Chile einer in Deutschland drohenden Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern entzog. In einer abgelegenen Region am Fuß der Anden baute Schäfer sich mit einer Gruppe von Getreuen sein vorgeblich urchristliches Sektenimperium auf. Sexualisierte Gewalt, Gehirnwäsche, zwangsweise Verabreichung von Psychopharmaka und Elektroschocks gehörten zum Alltag der nicht privilegierten Bewohnerinnen und Bewohner. Während der chilenischen Diktatur ab 1973 kooperierte die Sektenführung eng mit den Militärs. Oppositionelle wurden auf dem Gelände gefoltert und ermordet. Von 1961 bis 2005 war die Kolonia Dignitat eine Art geschlossenes Lager, wo diese 300 Menschen gelebt und gearbeitet haben. Und deutsche und chilenische Regierungen wussten um die Verhältnisse in der Sektensiedlung. Heute leben auf dem Gelände noch etwa 100 Personen. Villa Baviera, bayerisches Dorf, nennt sich die private Siedlung seit langem schon und hat den Tourismus zum Geschäftsmodell erklärt. Ein Hotelrestaurant im bayerischen Stil lockt Besucher mit Haxe und Schweinsbraten, manchmal auch mit einem Bierfest oder einer deutschen Woche. Doch die Geschichte dieser Siedlung ist noch längst nicht aufgeklärt. Ich habe in der Kolonia Dignitat 43 Jahre gelebt und betrachte mich als Opfer der Sekte. Ich arbeite seit meinem 12. Lebensjahr und ich habe jetzt schon 47 Arbeitsjahre hinter mir. Und dennoch weiß ich, dass es am Ende nicht reicht. Und das ist für mich sehr, sehr erniedrigend. Wir haben Landurba gemacht, wir mussten Löcher graben für Lichtmasten, wo keine Maschinen hinkamen. Man hat mich auch sehr missbraucht, auch zur Zwangsarbeit gezwungen. Jeder Feiertag, jeder Sonntag, Weihnachten, Neujahr, Ostern, alles immer wurde gearbeitet. Wir haben nie einen Urlaub gehabt, wir haben nie einen freien Tag gehabt. Und wir haben nicht einen Cent, wir haben nicht mal Geld gekannt. Bis 2005 habe ich kein Geld zwischen den Fingern gehabt, ist die Tatsache. Kein Lohn, keine Einzahlungen in die Rentenkasse. Viele Opfer dieses Systems moderner Sklaverei sind heute krank und arm. Sie brauchen finanzielle Absicherung und fordern Entschädigungen. Inzwischen sind sie damit nicht mehr allein. Der Bundestag fordert Entschädigungen für die Opfer der früheren deutsch-chilenischen Sekte Colonia Dignitat. Das beschlossen die Abgeordneten am Abend einstimmig. Die Bundesregierung wird aufgefordert, innerhalb eines Jahres zu prüfen, ob ein Hilfsfonds eingerichtet werden kann. Bis Juni 2018 soll eine Kommission aus Abgeordneten des Bundestages und aus Ministerien zusammen mit Opferverbänden und Nichtregierungsorganisationen ein Konzept erarbeiten. Bis heute sind allerdings keine Ergebnisse dieser Arbeiten bekannt. Zu den Opfern gehören auch Chilenen, die als Kinder von der Kolonia Dignitat adoptiert wurden. Oft unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und unter Ausnutzung der Armut vieler Familien aus der Umgebung der deutschen Siedlung. Llegamos 1968 acá, nos hicieron trabajar, nos quitaron nuestra juventud. Yo mismo quedé con mi mamá biológica, que cada semana que venga a visitar, que no debería dame un abrazo, funcionó nunca más. Y eso era muy doloroso para mí y para mi mamá biológica. Me dejaron como un loco, tres hombres. Y yo encima, el mismo, no sé si usted conoce picana eléctrica, eso es el mismo que le puse aquí en la cabeza. Por una pregunta que me hizo, a él le estaba diciendo la verdad, y él le dijo, no, 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 así. A los que me siguen pegando aquí mismo en esa casa, con Correo y Palo en esta casa. In diesem Haus, dem sogenannten Freihaus, wohnte der Sektenchef Paul Schäfer. Und hier beging er täglich sexuellen Missbrauch an mehreren Kindern, fast 40 Jahre lang. Nach Schäfers Flucht hatten Männer, die der Sektenchef als Kinder gequält hatte, ihrer Wut und ihrer Verzweiflung mit Hammerschlägen Luft gemacht. Während der chilenischen Militärdiktatur ab 1973 ging der chilenische Geheimdienst Dina in der Kolonia Dignitat ein und aus. Auf dem Gelände wurden Oppositionelle gefoltert, mutmaßlich 100 von ihnen dort ermordet. Die UNO und Amnesty International veröffentlichten schon 1977 Berichte von Überlebenden der Folter in der Kolonia Dignitat. Doch in Chile und in Deutschland schützten mächtige Fürsprecher aus Politik und Wirtschaft die Sektenführung lange Jahre. Erst Ende der 1990er Jahre durchsuchte die Polizei das Gelände der Kolonia Dignitat. Sektenchef Paul Schäfer floh nach Argentinien und hielt sich dort jahrelang versteckt, bis sein Team aus Journalisten und Anwälten ihn schließlich aufspürte. Schäfer war dort in der Kolonia Dignitat und verabschiedet wurde von der Kolonia Dignitat. Und er war für die Schäfer wurde in der Kolonia Dignitat und verabschiedet wurde von Chile seit 1997. Paul Schäfer wurde 20 Jahre als Presidium verabschiedet, um von Menoren zu verabschieden. Außerdem sollte er in der Hierarchie der Kolonialignität die Verabschiedung der Verabschiedung für eine millionäre Indemnanzierung beigetragen. Juristisch relevant ist in Deutschland der Zeit der Fall Hartmut Hopp. Der frühere Sektenarzt wurde in Chile wegen Beihilfe zu sexuellem Missbrauch zu fünf Jahren Haft verurteilt, entzog sich dieser Strafe aber durch Ausreise nach Deutschland. Derzeit prüft das Oberlandesgericht Düsseldorf, ob Hopp seine chilenische Strafe in Deutschland absitzen muss. In Chile wurden Führungspersonen der Kolonialignität zusammen mit der Spitze des Geheimdienstes DINA Ende 2016 rechtskräftig als kriminelle Vereinigung verurteilt. Es ging um Dinge wie Waffenproduktion, Waffenhandel, Entführung von politischen Gefangenen, Kindermisbrauch, Folter. Doch viele dieser Verbrechen sind historisch und juristisch nicht ausreichend aufgeklärt. Das Beispiel Waffenhandel und Produktion in der Kolonialignität. Ja, diese Ambulanz, die kam 1969 hierher und die wurde benutzt von Gerd Mücke gefahren. Und zwar hat die ein Doppelboden hier. Hier drin wurden hierhergestellte Waffen transportiert an die Rechtsextreme in Santiago, überall. Hier war eine Trage, da saß eine Krankenschwester, da lag ein angeblicher Patient drauf. Mücke hat gefahren und so wurden die Waffen transportiert, damit das ganz unscheinbar ist. Auch aus Deutschland sollen Waffen an die Kolonialignität geliefert worden sein. Über den Flughafen Frankfurt am Main mit der chilenischen Fluglinie Land Chile am Zoll vorbei. Zentral ist die ausstehende Aufklärung von Folter und Mord. Das war grundsätzlich alle Kartoffelkeller, wie ist das hier, heißt heute noch. Ja, hier wurden die Gefangenenringer gehalten. Und ich habe da hinten, an dem letzten Fenster, können wir ja mal hingehen da, da nachts immer geschlafen. Ich wurde eingesperrt und dann um 8 Uhr abends ungefähr, jede Nacht um 8 Uhr abends fing immer dieses wahnsinnige Geschrei da unten an. Ja, also offensichtlich, für mich war das ganz klar, dass die Leute da mit Strom, man hörte auch Schläge und immer diese Schreie. Und es ging Nacht für Nacht immer. Etwa 100 Personen wurden mutmaßlich in der Kolonia Dignidad ermordet oder zu Verschwundenen, da ihre Leichen bis heute nicht gefunden sind. Auf dem Gelände sollen Grabungen durchgeführt werden, wo noch immer Leichen in Massengräbern vermutet werden. Denn um Ruhe zu finden, brauchen die Familien von Verschwundenen Gewissheit über den Verbleib ihrer Angehörigen. Laut Bundestagsbeschluss von Juni 2017 soll die deutsche Regierung bis Mitte 2018 ein Konzept für die Einrichtung einer Gedenkstätte entwickeln. Entscheidend wird sein, ob die chilenische und die deutsche Regierung ihre jeweilige Verantwortung annehmen und die Geschichte der Kolonia Dignidad endlich gemeinsam aufklären.